Heute zeige ich euch eine kurze Kombi, und zwar ein One-Handed-Neck-Pass mit kombinierten Corkscrew. Und zwar komme ich aus dem Lasso heraus, mit Handfläche nach oben und schwinge den Reifen ziemlich rasant um meinen Hals, d.h. ich schwinge ihn so mit Handfläche nach oben und wende mich dann auch schon nach rechts, wenn ich ihn mit der rechten Hand schwinge, und so breit fange ich ihn dann um mit der Handfläche nach oben wieder auf, sodass ich dann einen schönen Corkscrew machen kann und komme wieder ins Lasso. Also einmal nach unten, schwinge mich dann aus dem Lasso heraus einmal um den Hals, kann ich schwinge ihn dann sofort wieder auf und komme dann in den Corkscrew. Also Lasso, auffangen, nach rechts gucken und in den Corkscrew. Also es ist ein relativ schneller nütz, d.h. ich muss schnell und sofort präsent sein, um den Reifen aufzukommen, mit Handfläche nach unten. Lasso, schwingen, um den Hals sofort mich nach rechts drehen, auffangen, in den Corkscrew und eine schöne Achtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr Fragen habt, stellt es mir gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. No, d.h. Tschüss. 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 Vier. Bis zum nächsten Mal.